Hallo, ich bin der Dominik. Grüß euch Fans. Ich war immer in Kontakt mit Franz, wo ich weg war, auch mit anderen Spielern. Ich hatte letztes Jahr schweres, ich war viel verletzt. Dann habe ich mit Franz zusammengeguckt, ob wir eine Lösung gefunden haben. Ich will wieder mehr spielen dieses Jahr und wieder richtig fit werden. Meine DEL, du merkst einfach, dass du zehn Ausländer hast, nicht wie hier vier. Es ist einfach härter und auch schneller. Wir waren ein bisschen überrascht. Kragenford ist eine Top-Mannschaft in Österreich. Cooles Ergebnis gegen Kaufpeuern haben wir gewonnen auswärts. Gestern ein cooles Spiel gegen Straubik gemacht. Ich glaube, wir sind laufstark. Junge Mannschaft, Kämpfer ist stark und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Mal für mich persönlich, ich will einfach viel spielen und der Mannschaft helfen, wo sie mich braucht. Die Mannschaft müssen dann fangen, schaut, wenn die Playoffs kommen und dann ist alles möglich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.